Ich bin's, der Super-Hit-Hase. Und ich bin heute wieder unterwegs im SAW-Land. Angekommen jetzt in der Lüttestadt Wittenberg und zwar bei Intersport Clubbing. Nicht alleine natürlich. Unsere Mega-Super-Hit-Hase ist auch dabei und freut sich ebenfalls auf unseren Besuch heute. Das ist Mojo mit Lady. Und jetzt singen. Zum. Zum. Okay. Also, eins, zwei. Sehr gut. Das ist alles, Jungs. Das ist super. Pray to hell. Das ist Wahnsinn. Warum schickst du mich in die Hölle? Fühler, 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 Fühler! Kaffee. Wieder Pause. Heute bin ich mit unserer Mega-Ei-Super-Hit-Hase beim Modehaus Druschka in Dessau. Heute bin ich mit unserer Mega-Ei-Falte-Hase. Ich bin mit meiner Meinung nach. Ich bin mit der Moderna. Ok, na? A Olá? Hier ist alles gut. Sun Shine Reggaon! Und wie man sehen kann, wir sind heute in der Sportbad Heinz Deininger, besser bekannt als Sportbad Bitterfeld in Bitterfeld-Wolfen. Wir freuen uns hier zu sein und sind gespannt, was die Mitarbeiter hier ausgesucht haben für das Mega-Ei 2014. Ja, so etwa geht das los. Das Cello, jeden Tag, und so ging, ich saß immer in der ersten Reihe. La, 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 la. Radio SRV .